Um Autorisierung und der Vergabe von Rechten und Verboten Volumen geben zu können, müssen wir uns nochmal mit den Logins und den Usern beschäftigen. Logins waren ja auf Server-Ebene definiert, während User auf Datenbank-Ebene definiert sind und die Zuordnung von dem einen zum anderen, sprich von Login zu den Usern, nennt man Mapping. Dieses Mapping ist dafür verantwortlich, dass jemand, der sich mit einem Login mit dem Server verbinden kann, sei es ein SQL-Server-Login oder ein Windows-Authentifizierungs-Login, dann auf eine spezielle Datenbank zugreifen darf. Das heißt, der reine Zugriff auf die Datenbank impliziert ein Connect-Recht und dieses Recht sagt nichts anderes als, dass das Login auf die Datenbank zugreifen darf und innerhalb der Datenbank dann mit einem speziellen User bekannt ist und diesem User kann ich innerhalb der Datenbank dann entsprechende Rechte oder Verbote zuweisen. Wie das praktisch aussieht, zeige ich Ihnen jetzt im SQL-Server-Management-Studio. So, und wenn ich möchte, dass ein Login auf eine Datenbank zugreifen darf, dann muss ich ihm einen User zuordnen. Das heißt, ich gehe jetzt hier den Weg, dass ich eine Datenbank mir kurz erzeuge und in der Datenbank befindet sich ebenfalls ein Ordner Security. Dort kann ich einen neuen User anlegen. Standardmäßig ist ausgewählt SQL-User wills Login. Ich kann dem User einen Namen geben. User A beispielsweise. So, und ich kann ein Login auswählen und wenn ich hier auf Browse gehe, sehe ich genau alle Logins, die ich entsprechend auf dem Server definiert habe. Hier wähle ich den gleichen Namen Login und dann sieht der Dialog so aus. Das Interessante ist, man macht es in der Praxis nicht. Der Username kann vom Login abweichen. Man macht es deswegen nicht, weil es irgendwann schlicht und ergreifend völlig unübersichtlich ist. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann habe ich dem Login in der Datenbank einen User zugewiesen. Ich kann jetzt nochmal andersrum schauen. Ich kann mir hier nochmal das Login auf Server Ebene ansehen und hier über User Mappings gehen. Wir sehen hier eine Liste aller Datenbanken und diesen Eintrag habe ich gerade angelegt aus der Datenbank heraus. Ich kann auch umgekehrt vorgehen. Ich kann einem Login von hier aus quasi einen User anlegen. Die Datenbanken sind zwei verschiedene Ansatzweisen, aber es kommt auch gleich hinaus. Ich kann zum Beispiel hingehen, dieses Login nehmen, kann auf User Mappings klicken und kann sagen, er soll in der Datenbank Zugriff haben. Er soll dort der User DNC3 Bernd sein. Kann auf OK klicken und jetzt kann ich hochscrollen in die Datenbank und die User auflisten. Und Sie sehen, neben meinem User A gibt es hier auch den DNC3 Bernd. Das heißt, das ist das selbe, was sie quasi machen. Sie gehen einfach hin und mappen dem Login einen User zu. Ob sie das jetzt von Server-Seite aus tun oder von Datenbank-Seite aus, spielt an der Stelle keine Rolle. Das Ergebnis ist A und dasselbe. So, und ich kann das Ganze auch ausprobieren. Ich kann mich ohne weiteres mit User A anmelden. Ich klappe dafür den Objekt Explorer einmal zu und melde mich hier mit User A und dem Kennwort an. Ich sehe nach wie vor alle Datenbanken. Allerdings jetzt mit dem Unterschied, dass ich auf die Test-Datenbank zugreifen darf, während ich bei allen anderen Datenbanken nach wie vor einen auf die Finger bekomme. Seit SQL Server 2012 gibt es noch einen zweiten Ansatz, der dem ein bisschen widerspricht, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Ich hatte gesagt, jedem Login wird in der Datenbank ein User zugeordnet. Sprich, jeder User muss ein Login auf dem Server haben. Das wiederum wirft aber das Problem auf, was passiert, wenn ich die Datenbank irgendwo wieder herstelle, wo es möglicherweise zwar die User, weil die in der Datenbank gespeichert werden, gibt, aber nicht die Logins. Um dem Problem entgegenwirken zu können und um die Möglichkeit zu schaffen, dass ich Datenbanken einfach von einem Server zum anderen verschieben kann, hat man sogenannte Contained Databases eingeführt, mit denen User ohne Login angelegt werden können. Um Contained Databases nutzen zu können, muss ich mehrere Dinge tun. Der erste Schritt, ich muss es auf dem Server einrichten. Das heißt, ich gehe jetzt eher erstmal auf meine Standardverbindung, gehe hier auf die Eigenschaften des Servers, gehe dann auf Advanced und schalte hier oben Enable Contained Databases auf True. Als nächstes muss ich mir eine Datenbank raussuchen, die eine solche Contained Database werden soll. Gehe hier wieder auf die Eigenschaften und gehe hier entsprechend auf Options. Und habe hier die Möglichkeit, einen Containment Type zu wählen und den kann ich auf Partial setzen. Dann kann ich hingehen und neue User anlegen und zwar SQL User with Password. Wir haben vorhin ein US Login angelegt und wir können hier jetzt einen mit einem Passwort anlegen. Sie sehen, Sie können übrigens auch einen SQL User ohne Login anlegen. Das geht auch, ist für technische Zwecke oder für Demos gedacht. Das heißt, ich kann damit Sicherheitsräume schaffen. Das zeige ich Ihnen später nochmal, ohne dass ich wirklich einen User dahinter habe. Einen menschlichen User. So, ich kann also einen SQL User mit Kennwort angeben und kann hingehen und sagen, okay, das soll mein Containment User sein. Der kriegt ein Kennwort. Und mit dem kann ich mich dann im fortfolgenden genauso anmelden wie mit normalen Benutzern. Sie sehen, der taucht auch hier unten auf. Das nur als Anmerkung, falls Ihnen der Begriff Containment Databases mal über den Weg läuft. Sie werden in vielen, vielen Fällen von dieser Art der Datenbank vermutlich nichts hören. Insofern nur, um den Ball rund zu halten, auch diese Art der Benutzerspeicherung. Wichtig, daher nochmal zum Ende. Containment Databases speichern Ihren User selber inklusive dem Kennwort und sind damit unabhängig vom Server selber bzw. unabhängig von irgendwelchen Login-Einträgen in der Master-Datenbank.